Maruten Ginrin Kohaku Dainichi Nigata, 50 cm frischer Nisai, weiblich, auch diesen haben wir als Tosai gekauft, auch der hat sich sehr gut entwickelt, perfekter Fisch, super Körperform, ist gut gewachsen, der war nicht groß. Wir haben den gepflegt und gehegt, weil er wirklich außergewöhnlich gut ist, hat ein ganz tolles Ginrin, da ist überhaupt nichts dran stehen, der ist Natura so, also ganz toller Maruten Ginrin Kohaku.